Wir haben den 29. Mai 2022. Jetzt ist hier eine Amsel, der sich schnabelt. Jetzt kommt kein Auto, da darf ich hier stehen bleiben. Hier ist eh Schritttempo. Jetzt kommt die Amsel immer näher. Jetzt darf sie sich einfach nicht unter dem Auto verstecken. Jetzt habe ich oben auch das abgespeichert. Was ich jetzt noch machen ist, zeige ich schon das Gesicht.